Ein weiterer Grund, warum die anderen Parteien die AfD ablehnen. In der AfD gibt es einige Menschen, die rechtsextreme Ansichten haben. Rechtsextreme denken, dass nicht alle Menschen gleich viel wert sind. Sie finden zum Beispiel, dass Menschen, die aus anderen Ländern stammen, in Deutschland nichts zu suchen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020